Hallo liebe Eltern, liebe Schüler. Hallo liebe Schüler, liebe Eltern. Das ist Elias. Und das ist die Luisa. Wir wollen euch, beziehungsweise Ihnen, unsere Profilklasse vorstellen. Luisa, beginn doch mal mit Musik. Die Musikklasse ist ein moderner Unterricht, in dem die Schüler ein Instrument lernen. Die Schüler bilden von Anfang an mehrere Ensembles. Als Vorbild gelten das Symphonische Blasorchester oder die Rockband. Entsprechend sind auch die Instrumente vertreten, zum Beispiel Querflöte, Trompete, Saxophon, Posaune, Gitarre, Keyboard oder Schlagzeug. Zu Beginn der fünften Klasse gibt es eine mehrwöchige Ausprobierphase, in der jeder Schüler jedes Instrument testen kann. Anschließend entscheiden die Schüler mit ihren Lehrern gemeinsam, welches Instrument sie wählen. Elias, nächstes Profil, Schwimmen. Für die Schwimmklasse können sich alle Jungen und Mädchen anmelden, die gerne schwimmen und Spaß haben, sich im Wasser zu bewegen, die Spiele machen und neue Schwimmtechniken erlernen möchten. Was wird in einer Schwimmstunde alles gemacht? Erlernen der Schwimmtechniken in Querbahnen und Längsbahnen, mit und ohne Schwimmbrett oder Schwimmnudel, mit und ohne Flossen, tauchen, sprünge aller Art vom Startblock, Aber natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Ganz beliebt ist bei uns der Laufsteg, wo wir über die großen Matten laufen oder stolzieren und dann ins Wasser springen. Habt ihr nun Lust bekommen, in die Schwimmklasse zu gehen? Dann kommt, wir freuen uns auf euch! Nächstes Profil, Kochwerkstatt. Wir sind die Kochklasse und begrüßen euch in unserer Schulküche. Hier wird geschnippelt, gerührt, verziert und geschlemmt. Wir sind kochbegeisterte Jungen und Mädchen und lernen hier alles, was zum Herstellen von leckeren Speisen wichtig ist. Einkaufen geeigneter Zutaten, organisieren und selbstständig arbeiten. Unsere Ergebnisse werden an einem schön gedeckten Tisch gemeinsam verzehrt. Das Ganze geschieht bei uns auf spielerische Weise. Ohne Leistungsdruck, in einem handlungsorientierten in einem handlungsorientierten Praxisunterricht. Unsere Aktivitäten beschränken sich aber nicht nur auf den Unterricht. Wir machen auch Ausflüge zu Bäckereien oder Bauernhöfen und schauen uns um, wo unsere Lebensmittel herkommen. Wir verkaufen aber auch selbstgemachte Schmankern aus der Küche an Schulfesten oder für Weihnachten und spenden den Erlös für einen guten Zweck, zum Beispiel für Tiere in Not. Im Moment kann ich leider nur Nudeln kochen. Dann komm mit in die Kochwerkstatt, dann machen wir leckere Lasagne. Oh ja! Ich bin in der Kochwerkstatt, damit ich mir später selber mal was Leckeres kochen kann. Ganz ehrlich, Kochen ist nicht nur was für Mädchen, aber ich bin auch wegen dem guten Essen da. Und die Moral von der Geschichte? Wer kochen kann, verhungert mich! Nächstes Profil, die Vorsteuerklasse. Liebe Eltern, die Schule und das Leben bestehen nicht nur aus Vokabeln und Aufsätzen. Wir in der Forscherklasse begreifen die Welt mit allen Sinnen. Wir mikroskopieren gerne und schauen in die Zellen hinein. Die Bausteine des Lebens. Das ist unser Oskar. Ihr hilft uns, das Skelett besser zu verstehen. Wir basteln Modelle, um uns die Atmung besser vorzustellen. Wir arbeiten mit Modellen, und drehen so in den menschlichen Körper ein. Ist Ihr Kind ein Entdecker oder eine kleine Wissenschaftlerin, dann herzlich willkommen in der Forschungsklasse. Nächstes Profil, wir sind die Kunstklasse. Wir sind die Kunstklasse! Wir sind die Kunstklasse! Wir sind die Kunstklasse. Dann tippt man Farbe auf den Nino-Druck drauf und drückt es auf Papier. Dann sieht es ungefähr so aus. Ich habe das Teigreifen verwendet, weil dadurch das Bild viel echter wirkt. Wir nehmen am Europa-Wettbewerb teil. Mein Bild soll zeigen, dass man den Frieden schützen muss, und das sieht man durch den Schutzhelm und durch die Schutzweste. Wir haben Salamander aus Ton geformt und haben sie mit Engobel bemalt. Die Salamander sind voll cool! Man kann sie sogar in den Garten stellen! Ihr möchtet bestimmt auch wissen, warum wir Kunst gewählt haben. Ich habe das Fach Kunst gewählt, weil Kunst bewegt. Kunst bewegt die Welt und hält sie zusammen in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Wir haben die Kunstklasse gewählt, weil man kreativ ist und es ist viel Spaß. Ich habe das Fach Kunst gewählt, weil es beruhigend ist und man einfach mal selbst sein kann. Wenn Kunst deine Leidenschaft ist, dann bist du hier genau in dich! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir hoffen, dieser Film hat euch bzw. Ihnen dabei geholfen, das passende Profil auszuwählen. Wir sagen Danke und Tschüss! Mach nur mehr Zorg, Schmarrie! Tschüss!